So, wir reagieren auf Ahmad. Ja, hopp mal wieder was raus. Das wird wahrscheinlich super peinlich. Ich habe mir auch gerade erst Essen bestellt. Nehme das natürlich jetzt auf von Twitch. Deswegen erscheint das hier als VOD auf YouTube. Wundert euch also nicht, wenn ich zwischendrin kaue und so voller Konzentration braucht man bei dem Typen eigentlich gar nicht, weil er sich jedes Mal bis auf die Knochen palmiert und überall sieht, dass er Islamhass und Kritik an Salafismus oder irgendwelchen Terroristen. Das ist dann auch alles Islamhass. Er kritisiert das Y-Kollektiv, sagt, Y-Kollektiv hetzt gegen den Islam. Also wenn das der Islam ist, das hatten wir 2014, da haben Leute gesagt, das ist der Islam. Die haben sich dann Al-Qaida oder dem IS angeschlossen. Meine Güte, meine Güte. Es fängt jetzt schon, ich reg mich jetzt schon wieder auf. Ja, rein da. Natürlich mit Copyright-Vermerk. Wir wollen ja nicht gestrikt werden. Das heißt Y-Kollektiv. Den kennt jeder. Aber er selbst regt sich drüber auf, wenn man Ahmad sagt, statt Ahmad. Hat eine Doku über sogenannte salafistische TikToker gemacht. In dieser Doku wird man wie... Nicht so genannte Salafisten, Neo-Salafisten. Ist nicht so genannte. Man kann den Quatsch zwar verharmlosen, aber damit beleidigt man den Islam. Wieder was gemacht. Natürlich. Es wird gegen den Islam jetzt. Gegen nicht... Fremdschämen. Nur deren Islam, deren Auslegung des Islam, sondern auch gegen die ganz normalen Muslime. Ja, einfach nur ganz normalen Islam. Die ganz normalen Muslime, die Frauen nicht die Hand geben, die sie in Vollversteigungen rumlaufen lassen wollen, die gegen andere Religionen hetzen, wie zum Beispiel gegen Jesiden. So sieht er also in den Islam. Interessant. Das Ding ist, Y-Kollektiv hatte ich schon in der Vergangenheit schon mal kritisiert gehabt, wegen einer sehr schlechten... Ja, das war genauso peinlich. Also von ihm, nicht von Y-Kollektiv. ...Doku auf Markenklamotten bezogen, die ich dann verbessert hatte. Und dieses Mal haben sie das Gleiche gemacht, bloß bei einem viel sensibleren Thema, und zwar Religion, den Islam. Viele von euch haben mir auch geschrieben, dass sie sich von dieser Doku verletzt fühlen, da es den Islam komplett falsch darstellt. Und das war auch gar nicht meine Idee, dieses Video zu machen, sondern das war die Idee von den ganzen Menschen, die sich dadurch verletzt gefühlt haben. Also nochmal Danke an die Idee übrigens. Oh, die ganzen Menschen haben sich... Wer hat sich denn da von verletzt gefühlt? Abu Bakr al-Baghdadi? Nee, der ist ja tot. So ein Unsinn. Irgendwelche Zurückgebliebenen, die Islam nicht von Islamismus unterscheiden können. Und tut mir leid, dass es euch verletzt hat. Also eigentlich ist es ja nichts Gutes. Also wie ich schon gesagt hatte, hatte ich damals schon ein Video zu Y-Kollektiv gemacht. Meiner Meinung nach ist Y-Kollektiv so das Schlechteste von Gesamtfunk. Es gibt zum Beispiel relativ gute... Nee, das ist eigentlich mit das Beste im Gesamtfunk. Ich habe ja selbst mit dem Y-Kollektiv gedreht. Link ist unten in der Beschreibung. Da war ich mit dem Y-Kollektiv in Kurdistan unterwegs, an der ISIS-Front. Sehr gute Doku. Aber gut, er... Wer gut da ach macht, hat keine Ahnung, was Journalismus bedeutet. Die Steuerung F, die ballern ab und zu mal wirklich gute Dukos, wie zum Beispiel letztens die Drohnen-Doku. Die war super. Ja, genau. Immer gegen die USA hetzen. Am besten gegen die USA und gegen Juden und gegen Israel. Da freut sich der gute Ahmad. Erste Sahne. Aber manchmal zahlen wir leider auch unsere Rundfunkgebühren für Müll. Und zwar wie bei Y-Kollektiv sehr oft. Das Ding ist, ich finde diese Doku noch nicht mal so schlimm. Also sie war noch nicht mal so katastrophal. Aber sie hat ihren Zweck komplett verfehlt. Meiner Meinung nach. Und ich erzähle euch und zeige euch in diesem Video, warum. Zum Beispiel sagt die Journalistin zu Beginn der Dokumentation, dass sie selber Muslimin ist. Ich bin auch Muslimer. Und deswegen beschäftigt mich das Thema besonders. Für mich ist dieser Content oft einseitig und sehr orthodox. Wenn die Journalistin selber sagt, dass sie Muslimin ist, geht man ja in erster Linie davon aus, dass sie ein gewisses Grundwissen über den Islam hat. Ja, sie lebt ihn halt in einer sehr angenehmen Form. Für sich. Und das hast du guter Ahmad nicht zu kritisieren. Außer du bist vielleicht frauenfeindlich. Zumindest mehr Grundwissen als ein Drittklässler im Religionsunterricht. Aber dem war nicht so. Zumindest hat sie so getan, als wüsste sie es nicht. Und so dargestellt, als wäre es etwas super Schlimmes. Zum Beispiel normale Dinge im Islam. Wie zum Beispiel das Handgeben, dass man Musik nicht hören darf und so weiter. So ganz normale Dinge. Achso. Dass man normale Musik im Radio und sowas nicht hören darf. Ist also normal im Islam. Das heißt, er spricht jetzt eine Milliarde Muslime, das Muslimsein ab. Irre. Absolut, absolut irre. Ich weiß nicht, was ist bei diesem Jungen falsch gelaufen? Frauen darf man nicht die Hand geben und die dürften keine Musik hören. Das ist also, das sind also, nur das sind Muslime, alles andere nicht? Ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Hetzerisch. Dinge, die in der Regel verboten sind, hat es so dargestellt, als wären sie ultrakonservativ. Wenn jemand die Hand nicht einer Frau gibt, als Mann, ist er ultrakonservativ. Zum Beispiel tut sie relativ... Das ist er auch. Wenn ein Mann einer Frau die Hand nicht gibt, ist er ultrakonservativ. Das ist so. Unglaublich. Überrascht, als der Prediger ihr nicht die Hand geben wollte. Das ist unsere erste Begegnung. Kein Hallo, keine Hand zur Begrüßung. Da tut sie so relativ überrascht und erwähnt das nochmal extra und so weiter. Obwohl jeder, zumindest ich, die Leute, die ich kenne und dass wir das auch im Unterricht gelernt haben, dass man im Islam der Mann, der Frau nicht die Hand gibt. Welcher Unterricht? Lieber Ahmad, bitte schreib rein, wo du das gelernt hast, in welchem Unterricht? Ich werde dann, du bist ja wohl auch in Bremen, ich werde dann mit dem Landesamt für Verfassungsschutz mal ein ernstes Wörtchen reden und dann werden wir mal überprüfen, wo du da deinen Unterricht hast. Das ist hochinteressant. Ich glaube, der Innensenator wird sich, der Innensenator Meurer wird sich sehr darüber freuen, zu erfahren, wo du deine doch so allgemein-islamischen Kenntnisse eher hast. Ja. Ein Kabib, nochmal Getoff zum Beispiel. Er hat vor aller Welt in der UFC der Moderatorin nicht die Hand gegeben und sogar die Moderatorin bei der UFC Genau, dann haben wir, wir haben einen, 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 einen konservativen, äh, Tschetschenen, islamistischen Tschetschenen, der die Hand nicht gibt. Ja, das sind, ist ultra, ultra, konservativ. UFC ist davon ausgegangen, dass er ihm nicht die Hand gibt, weil er Moslem ist. So, und nicht, weil es respektlos ist oder sonstiges. Es ist sogar eher eine Geste des Respekts, dass der Mann der Frau nicht die Hand gibt. Es ist also eine Geste des Respekts, dass die Frau nicht auf der gleichen Ebene ist und man ihr nicht die Hand gibt. Es ist eine, eine, eine Geste des Respekts, dass man eine Frau, wenn sie nicht gehorcht, dass man sie schlägt. Es ist eine Geste des Respekts, wenn man eine Frau zwingt, sich voll zu verschleiern, ihr Gesicht nicht zu zeigen. Dieser Junge driftet komplett ab. Der driftet komplett ab. Peinlich. Er, er, er zieht wirklich alle, alle Muslime in den Dreck. Weil die Frau etwas Wertvolles ist. Das ist nicht, weil die Frau die Hand nicht verdient hat. Die Frau ist etwas Wertvolles. Es ist ein Besitz, also ein Eigentum des Mannes. Aha. Ich gebe jetzt Männern, die ich für wertvoll achte, auch nicht mehr die Hand. Hey du. Was ist bei dem Jungen falsch? Also wirklich, das ist Verfassungsschutzthema bei so etwas. Der, der ist, der ist ja direkt auf dem, der ist auf dem direkten Wege um die Radikalisierung. Es solche, ich habe, ich habe solche Leute 2014, 15 kennengelernt. Die habe ich ein Jahr später dann auf Aufnahmen in Syrien gesehen. In Raqqa. die dann, die dann Frauen vergewaltigt haben, Menschen geköpft haben. Die haben auch am Anfang so geredet. Solche Milch-Bubis. Und auf einmal waren es die ganz Großen. Später hat dann die JPG, JPG oder die Peschmerga dafür gesorgt, dass sie vor ihren Schöpfer treten. Müssen wir zum Beispiel bei den Japanen auch so tun, als wären sie respektlos, die auch nicht die Hand geben, sondern so machen. Oder ich bin zum Beispiel gerade in Bali, da geben die Menschen auch nicht die Hand, sondern machen so. Sind jetzt bestimmt respektlose Menschen. Oh, what about his, what about his, what about his, andere Kultur, what about his. Genau, aber man soll sich ja, man soll sich ja, Christen und Juden nicht zum Freund machen. Das ist ja die Ansicht der Erzkonservativen, der fanatischen Salafisten. Also nicht die Hand geben. Weil sie sich nicht gegenseitig die Hand geben. Es ist nun mal normal. Sie tut so, als wäre es völlig komisch. Oh mein Gott, nein. Oder auch bei der Musik, dass man besser sagt, dass Musik nicht so erlaubt ist im Islam, wo sich auch viele Gelehrte einig sind. Und sie sagt einfach, sie muss das immer herausstechen lassen. Ja, es ist doch was Besonderes. Es ist doch unglaublich. Das heißt also, alle Jugendlichen, die Muslime sind, die jetzt zum Beispiel Capital Bra hören, das sind dann Sünder. Die verstoßen ihn in den Islam, weil sie Musik hören. Denn Musik ist das Werk des Schaitans. Hey, was ist denn bei dem los? Symbolisieren, oh mein Gott, wie schlimm. Das Ding ist, das sind noch so harmlose Sachen mit Hand geben und so weiter. Das war noch alles. Hamam, das habe ich noch weggeschaut, weil das war jetzt nichts sehr respektloses. Aber, als der Junge ihr gesagt hat, beziehungsweise er generell ihr gesagt hat, dass sie in der Moschee halt das Kopftuch zu tragen hat, hat sie gesagt, ja, ich trage das jetzt meine Wege. Also sie hat das so dargestellt wieder, als wäre das was völlig Unnormals. Hat sie nicht dargestellt. Das war eine ganz normale Situation und sie hat das als ganz selbstverständlich angezogen. Das ist einfach Schwachsinn, was er da gerade erzählt. Das ist wirklich Schwachsinn. Wir haben die Doku ja gesehen im Stream und darüber habe ich auch mit meinen Zuschauern geredet. Das ist ein ganz normaler Akt, dass man seinen Kopf bedeckt. Das ist wie, wenn ein Mensch in eine Kirche betritt, dann hat er auch keinen Hut auf. Also, dass diese TikTok-Hotschers, wie er, genau deswegen ist er immer gebannt. Genau deswegen wird er permanent bei TikTok gelöscht. Wegen solcher Schmutzmeinung. Wegen solcher üblen, üblen, üblen Hetze. Ich weiß auch nicht, warum der noch auf YouTube ist. Also ganz ehrlich, da muss jetzt mal da muss jetzt mal YouTube durchgreifen und sagen, jetzt reicht es aber auch. Einfach komplett löschen. Solche Leute dürfen keine Plattformen haben. Nachher nehmen sich Jugendliche so ein dummes Geschwätz zum Vorbild. Es ist dummes Geschwätz. Ich trage das jetzt aus Respekt, obwohl es völlig normal ist, dass die Frau sich in der Moschee zu bedenken hat. Nichts von deinen Haaren sieht. Aus Respekt vor Allah. Mache ich. Aus Respekt. Sie sagt, dass es aus Respekt macht. Deswegen macht sie das aus Respekt. Ist doch ganz normal. Obwohl sie mit einem Islamisten gerade unterwegs ist. Das T-Shirt ist ja eine schöne Anspielung auch. Wir wissen ja, welche Gruppierungen verboten worden sind. Eine Doku über den Islam, zumindest über diese Salafistische. Bitte bleibt doch einfach in Malaysia. Bleibt doch einfach dort. Ein Prediger. Und man macht ja damit auch indirekt über den Islam ein Doku. Und man tut so, während man diese Doku über den Islam macht, als wäre das alles völlig komisch und unnormal und so weiter. Du gehst in die Kultur und die Religion. Ich esse jetzt trotzdem weiter währenddessen. Also wundert euch nicht. Das heißt natürlich auch ein bisschen Disrespect. direkt, weil das, was der Junge dauernd von sich gibt, das passt ja auf keine Kuhhaut mehr. Und du bist sogar selber angeblich, du sagst ja, du bist Muslimin und tust so, als wäre das du dich brechen. Das ist verboten. Nur Allah richtet darüber. Wie anmaßend. Er hat null Ahnung von seiner Religion. Ich hab definitiv mehr Ahnung von Koran und Sunnah als dieser Kerl. Unnormal. Das hab ich gar nicht verstanden. Sogar hier in Malaysia wussten die ausländischen Frauen, die sich nicht bedeckt haben, dass sie, bevor sie in die Moschee gehen, sie nicht mit kurzer Hose reingingen. Sie haben von Allah Weil es ein muslimisches Land ist. Danks, die Kritik. Und mit kurzer Hose geht niemand irgendwo rein. Mit einer kurzen Hose geht man auch nicht in eine Kirche. Das ist ganz normal. Darüber reden wir gleich. Er fängt jetzt schon wieder an mit Whataboutism. Er redet jetzt, also, er nimmt irgendein anderes wirres Beispiel, weil er keine Argumente hat. Und hier sieht man, in welcher Wahn er dort drinnen ist. Wie er den ganzen Unsinn runterprabbelt in der Hoffnung, dass er da von den ganzen Dummen, die ihm folgen, Klicks bekommt. Kleine ein Kopftuch angezogen und ein Gewand, weil sie wissen, dass es sich in der Moschee gehört. Das ist so krass. Und sie, es ging um die ultrakonservative Auslegung des Islams. Den sogenannten Salafismus, wie sie sie nennen, aber dazu kommen wir später nochmal. Es ging um die ultrakonservative Auslegung des Islams in der Doku. Und sie hat es so dargestellt, als wäre alles ultrakonservativ. Bro, ich esse kein Schwein. Ultrakonservativ. Ich mach das nicht. Du bist ultrakonservativ. Whataboutism und Lüge. Lüge. Verpasst ganz einfach. So. Wallahi, oder ich schwöre auf das, oder ich schwöre auf dies, oder ich schwöre... Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Darf ich meinen Islam ausleben, ohne ultrakonservativ zu sein? Völlig verfehlt, im Sinn und Zweck. Bevor wir jetzt zu den ganz schlimmen Sachen kommen, wo ich auch noch Insider-Informationen beziehungsweise Chats rausgesucht habe. Oh, Insider-Informationen. Hat er seine Kontakte zu den Neo-Salafisten aufgewärmt? Wo sie sagt, zum Beispiel, dass Salafismus ein ganz normaler Begriff ist. Ich weiß nicht, für viele da draußen in den Medien ist bestimmt Salafismus ein normaler Begriff. Das ist ein normaler Begriff. Im speziellen, im islamwissenschaftlichen Sinne ist es der sogenannte Neo-Salafismus. Neosalafismus. Und der Islamismus hat sich ja auch erst vor im 19. und 20. Jahrhundert richtig entwickelt. Und jetzt wird er wahrscheinlich von den Salafi, von den Altvorderen reden. Diese Argumentation habe ich bisher nur von Al-Qaida und ISIS-nahen Salafisten erlebt. Nur aus dieser Ecke kommt diese wirre Aussage, indem man Worte umdreht und so tut, als ob das, als ob die wissenschaftliche Bezeichnung einer gewissen Strömung im Islam eine Islamfeindlichkeit darstellen würde. Das ist genauso wie Recep Tayyip Erdogan, der den Begriff Islamismus ablehnt, weil er sagt, es gebe nur den Islam. Aber gut, der Mann hat ja auch den IS unterstützt. Was soll man dazu sagen? Aber diese Menschen in der Duku haben ihr selber gesagt, dass sie sich nicht als Salafisten sehen. heutzutage Ja, klar, die viele AfDler sehen sich auch nicht als Faschos, auch wenn sie es sind. Darf sich jeder als Helikopter sehen, aber nein, das muss man respektieren, wenn jemand Okay. Direkt mal Transfeindlichkeit obendrauf. Jeder darf sich als Helikopter sehen. Lieber Ahmad, du hast dieses Video heute veröffentlicht. Heute ist der 5. September. Deine Heimatstadt Bremen wurde heute eine Transperson, eine Transfrau von 15 Jugendlichen die vielleicht sogar deine Follower sind brutal zusammengeschlagen. Und du hast nichts Besseres zu tun als in diesem Video das in die Lächerlichkeit zu ziehen in dem Kontext und damit Transfeindlichkeit zu erzeugen. Du weißt, wer in Münster die Transperson totgeschlagen hat. Ja, genau. Ein islamistischer Tschetschene. Aber gut, das sagst du vielleicht, das ist dann nur konservativ. Genau, das ist nur konservativ. Hass auf Menschen mit anderer sexueller Ausrichtung. Schäm dich einfach. Schäm dich für diesen Satz komplett. Einfach aufgrund dieses Satzes kann ich sagen, er ist transfeindlich. Und ein Helikopter ist, wenn jemand ihr aber sagt, bin kein Salafist und möchte auch nicht so genannt werden, ich bin ganz normaler Moslem, sagt sie, ja, aber ihr lebt doch die ultra-konservative Auslegung des Islams aus. Also Salafismus. Ja, laut bestimmter Definition ist das so. Wenn man sich anschaut, was Salafismus bedeutet und jeder von euch wird auch genau das verstehen darunter, dann weiß man, dass es ein Kampfbegriff der Presse gewesen ist und Fake News. Ist gelogen, was er da von sich gibt. Ist gelogen. Ist kein Kampfbegriff der Presse. Das ist ein wissenschaftlicher Begriff, der so gewählt worden ist und der am Anfang von diesen Salafisten selbst gewählt worden ist. Er lügt halt einfach. Aber wir kennen das ja von Ahmad. Er liebt die Lüge. Immer noch ist, wenn du etwas wie Salafismus hörst, Bro, ich krieg Angst. Wisst ihr, ich krieg Angst. Als ein Ahmad krieg ich Angst, Bro. Ja, du kriegst ja auch Angst, wenn Streifenhörnchen ihn verfolgt. Oh, Salafismus. Du sagst nicht zu jemandem, er ist Salafist. Wisst ihr, was ich dachte, bis ich 15 war oder so? Und ich bin ja in so welchen Verhältnissen sogar aufgewachsen. Ich hatte Religionsunterricht und so weiter. Ich dachte aber, bis ich 15 war, dass Salafisten genau das Gleiche sind wie zum Beispiel Leute, die beim islamischen Staat sind. Also, die Anhänger des IS sind alle Salafisten. Aber nicht alle Salafisten sind Anhänger des IS. So einfach ist das. So einfach ist das. Es gibt natürlich friedliche Salafisten. Ein paar gibt es sicherlich. Aber er redet halt wie 2014, 15. Da hat das auch alles nichts mit dem Islam zu tun. Überhaupt nichts. Alles nichts. IS. Al-Qaida. Einmal einerseits sagt man, man wehrt sich gegen die USA. Und wenn man dann die Kriegsverbrechen aufzählt, ja, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach unangenehm, der Typ. Dann wird Salafismus bitte als normale Definition genutzt. Nie. Das ist wie, wenn du zu jemandem sagst, du bist nicht schul. Doch, in der Islamwissenschaftlich, in der Islamwissenschaft, aber dafür müsstest du mal eine Uni besuchen. Schwul, sondern du bist, du weißt schon was. Ist ja auch kein normaler Begriff, wenn ich sage, z.B. Das ist kein normaler Begriff, wenn ich das sage. Dann sagt er, hey, nenn mich nicht so. Aber, Digga, das ergibt keinen Sinn. Es heißt, ach, jetzt auch noch homofeindlich. Also, jetzt auch noch gegen Homosexuelle. Indem er das Wort Schwuchtel, das hat er jetzt rausgepiept. Ist mir egal, ob das jetzt demonetarisiert wird oder so. Dass er das jetzt einfach, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also, er nimmt eine Beleidigung und versucht hier wissenschaftliche Fachbegriffe lächerlich zu machen und sagt, dass diese Art der radikal-konservativen Auslegung der wahre Islam sei und alle anderen die z.B. Musik hören, die sich die Hand geben. Die alle sind in seinen Augen also keine Muslime. Gut. Dann sind einfach 90% oder 95% der in Deutschland lebenden Muslimen in Augen von Ahmad keine Muslime. Gut zu wissen, dass dieser TikTok-Hotscher uns das alles beigebracht hat. Jetzt schwul zum Beispiel in dem Fall und nicht das andere Wort. Und es heißt Moslem und nicht Salafist. Nenn ihn meinetwegen... Nein, es heißt Salafist. Es heißt ganz speziell Salafist und zwar nicht aus Islamfeindlichkeit, sondern um Muslime zu schützen, um diese Leute abzugrenzen, weil sie gerade nicht so ticken wie die Muslime im Allgemeinen. ... wegen ultra-konservativen Muslimen. Aber wenn er dir sagt, er will nicht Salafist in Land werden, warum machst du es dann trotzdem? Ohne diese Leute jetzt verteidigen zu wollen und ihre komische Auslegung. Aber einfach nur so, weil ich dachte, wir wären so tolerant. Aber beim Islam sind wir natürlich nicht tolerant. Da ist alles... Einfach unglaublich. Es ist unglaublich, was der für eine Scheiße redet und wie er Intoleranz auch noch verkauft, dass man tolerant gegen Intoleranz sein soll. Es ist widerwärtig. Und natürlich kommt die ganze Story, ach, ja, immer gegen den Islam. Das ist einfach... Es ist unglaublich, solche Leute. Dieses Video. Und es gibt Leute, die feiern ihn dafür darunter. Das sind bildungsfern, das sind Schwachköpfe. Da muss man doch fragen, die waren doch alle im Gesamtschulunterricht Kreideholen. Die Schaukel stand zu nah an der Wand. Was für Leute liken denn so ein Video? Wie kann man das liken? Wie kann man überhaupt einen positiven Kommentar drunter setzen? Unverständlich. Das ist komisch. Das ist voll komisch. Alles. Auch in der Moschee sagt sie, als dieser Junge ein Shirt anhatte, sagt sie, Tahuid, was da draufsteht auf seinem Shirt, das ist ein Zeichen, was in Verbindung gesetzt werden kann mit dem IS. Ja, das kann es auch. Lies doch mal die Verfassungsschutzberichte. So nannten sich nämlich diese Vereine. So nannten sich diese Vereine. Diese Symbolik, diese schwarze Shirt, diese Art der Gestaltung, das haben alles Vereine gemacht, die für den IS geworben haben. Die sind alle in Raqqa gewesen. Die haben Jesiden vergewaltigt. Frauen und Kinder haben sie zu Sexsklavien gemacht. Dazu sagt er nämlich nichts. Es reicht komplett. Er verteidigt so eine Scheiße auch noch. Er befasst sich gar nicht mit der Symbolik. Wofür dieses T-Shirt da ist. Dieses T-Shirt ist hergestellt, um Angst zu machen. Sorry, dass ich mich drüber so aufrege. Ich wollte an sich in Ruhe oder nebenbei was essen, weil ich dachte, er redet einfach nur Scheiße. Aber das, was er da von sich gibt, das ist Verharmlosung von Terrorismus, Verharmlosung von Kriegsverbrechen, Verharmlosung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verharmlosung von Völkermord. Am Anfang dachte ich jetzt noch, okay, Verfassungsschutz schon mal drauf. Jetzt weiß ich, er ist definitiv ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz. Definitiv. Definitiv. Solche Äußerungen, so eine Scheiße, hat auf YouTube nichts zu suchen. Das Wort Tauhid auf Hadis T-Shirt wird übrigens sagen, dass Allah der einzige Gott ist. Dieses Einheitssymbol ist charakteristisch für den Salafismus. Es muss nicht in Verbindung mit dem IS stehen, kann aber. Ja, und in der Art und Weise, wie es hier gestaltet ist, waren das typische T-Shirts, die unter anderem Leute wie Desodok getragen haben. Aber Tauhid, es gab drei Wochen davor, das ist quasi das hier, wenn jemand so macht. Das ist, ich glaube quasi an Oma oder ich glaube an Gott. Das können auch Christen benutzen. Das heißt nichts anderes, als dass ich an Gott glaube. Sie stellt das jetzt so dar, als könnte das in Verbindung mit dem IS gebracht werden. Obwohl so... Natürlich wird das, weil er erst diese Symbolik übernommen hat. Er hat sie besetzt. Er hat sie besetzt, mein Freund, das kriegst du doch mit. Hast du... Es ist unglaublich. Es ist wirklich... Es ist unglaublich. Das ist wie, als ob ein grauer Wolf argumentiert. Ja, das ist ein Heavy-Metal-Symbol. Nein, das ist ein Hitlergruß, ein türkischer. Sogar, ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, dass drei Jungs vor einigen Wochen gekündigt worden sind. Genau, und es ist auch gut, dass sie gekündigt worden sind. Wenn drei Jungs diese Symbolik, auch mit diesem Bad, was jeder kennt, auf einem Vorfeld am Flughafen machen, in die Richtung von Menschen in einem Flugzeug, um ihnen zu sagen, ihr werdet jetzt in irgendein Hochhaus reingeflogen werden, ihr werdet alle sterben. Dann gehören sie gekündigt. Statt sich davon zu distanzieren, dass diese drei Jungs den Islam in den Schmutz gezogen haben, dass sie auf alle jegliche Menschlichkeit gespuckt haben, in einem Hochsicherheitsbereich, in einem Flughafen, stehen neben einer vollbesetzten Maschine und zeigen den Leuten da drinnen, die sich nicht so gut auskennen, ja, ihr werdet wahrscheinlich alle sterben, denn wir haben gerade eine Bombe in euer Flugzeug reingelegt. A la wakba. Und gefeuert worden sind und es einen riesigen Ansturm gab, weil diese drei Jungs verurteilt worden sind und zum islamischen Staat zugeordnet worden sind. Nö, man hat sie überprüft, man hat sie noch nicht zugeordnet und von, sie hat, also das ist auch unglaublich, dass man das, nur weil das mal in der Bild-Zeitung ein Artikel drüber stand, der übrigens wirklich nicht gut war. Ähm, man hat sie natürlich aus dem Sicherheitsbereich entfernt. jemand, der sich so benimmt, jemand, der sich so benimmt, hat da einfach nichts zu suchen. Ganz einfach, das ist ein Hochsicherheitsbereich. Da gibt es eine Sicherheitsüberprüfung. Fehlende Zuverlässigkeit. Weil sie so gemacht haben und dann gab es... Nein, nicht, weil sie es so gemacht haben, weil sie in Richtung eines Flugzeuges eine ISIS-Symbolik absichtlich benutzt haben, damit die Menschen es da drinnen so missverstehen, dass sie Angst bekommen, dass dort Frauen und Kinder, dass da Menschen, Ältere drin sind, die angefangen haben zu weinen, Kinder haben angefangen zu weinen, weil sie dachten, sie sterben jetzt. Und das findest du geil, Ahmad. Das findest du richtig toll. Gell, da geht ja, da geht ja einer ab, wenn irgendwelche Käfer oder Kuffar Angst haben und anfangen zu weinen, die Ungläubigen. Es ist ein Riesen-Shitstorm gegen die Medien. Es gab sogar auf TikTok und die Duku handelt sich ja um Islam und... Ja, TikTok interessiert mich nicht. TikTok ist Schmutz. Salafismus auf TikTok. Gab es auf TikTok eine Riesenbewegung gegen die Medien? Ja, genau. Auf TikTok gab es eine Riesenbewegung. Von was? Von Generation Islam zum Beispiel. Von übelsten Hetzern. Von übelsten islamistischen und salafistischen Hetzern. Und auf TikTok, auf TikTok werden sogar Videos von liest die wahre Religion gefeiert. Da steht Ibrahim Abunadji, der ins Ausland geflohen ist. Da steht ein Bilal Gümisch, der wegen Terrorunterstützung jetzt im Knast sitzt. Sitzt, steht dort und verteilt heuschlerisch den Koran, um dann Jugendliche anzuwerben, sich dem IS anzuschließen. Das ist TikTok. Aber dazu sagst du auch nichts. Wo war denn dann dein Widerspruch? Weil sie diese Jungs, die so gemacht haben, abgestempelt hat. Und was macht sie? Sie nennt diesen Jungen. Drei Wochen nachdem es diesen Shitstorm gegen die Medien gab, macht sie genau das Gleiche. Nein, macht sie nicht. Du lügst. Auch noch als angebliche Muslime macht sie genau das. Und schon wieder, er spricht ihr das Muslimsein ab. Schon wieder macht er diese Sünde. Er entscheidet, und Ahmad entscheidet, wer Muslim ist und wer nicht. Er ist anscheinend der neue Kalif. Der TikTok-Kalif. Das Gleiche, als hätte sie es nicht mitbekommen, ist quasi genau in das Fettnäpfchen getreten und sagt, ja, das kann in Verbindung gebracht werden mit dem IS, weil der Junge... Ja, das kann in Verbindung gebracht werden mit dem IS. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn man natürlich den IS ignoriert und seine Verbrechen ignoriert und es anscheinend lustig findet, ach mein Gott, da wurden einfach mal, weiß ich nicht, da wurden mal 10.000 Frauen und Kinder zu Sexsklamien gemacht. Ach, da wurden 100.000 Menschen ermordet, weil sie keine Muslime sind, weil sie einfach nur Christen oder Jesiden sind. Ist witzig, gell? Ist super witzig, Ahmad. Dieses Shirt anhat. Wieder irgendwelche Verbindungen und Sachen suggeriert, die gar nicht wahr sind. Warum suggeriert man sowas mit dem Arm, Junge? Ich höre, er tat mir leid. Och, er tat... Er verharmlost das. Statt mal zuzuhören. Ich war doch Augenzeuge dieser Kriegsverbrechen. Ich war doch 2014 dort. Ich habe alles mit eigenen Augen gesehen, den Völkermord. Und dieser Kerl lacht da dümmlich drüber über alles. Und sieht das als Angriff auf den Islam. Die haben ihn einfach zum Terroristen gemacht. Und da wir schon mal bei Suggerieren sind, also irgendwie den Leuten etwas vermitteln, was gar nicht wirklich so ist, da wir schon mal dabei sind, Y-Kollektiv sieht sich nicht... Y-Kollektiv. Sprich es doch mal richtig aus. Ich bin schuldig darin, dass sie irgendwelche Sachen falsch suggeriert haben oder Sachen falsch rübergebracht haben. Schauen wir uns doch mal an, was zum Beispiel Y-Kollektiv noch so suggeriert hat. Dieses Wort. Kennt ihr das, wenn ein Kanacker ein neues Wort lernt? Gucken wir uns doch das mal an. Ich verschaffe mir einen Überblick über die Szene. Genau. Warum ist das denn gemutet? Die jeweiligen Influencer. Hier werden irgendwelche Islam-Tiktoker eingeblendet. Vermeintlich Islam-Tiktoker. Und es wird nicht klar differenziert gegenüber den salafistischen Islam-Tiktokern, in denen es in der Doku geht. Man erwähnt das nebenbei kurz. Man sagt das... Nö, man erwähnt es also, man erwähnt also, dass es schon getrennt ist. Es ging hier um Islam-Tiktoker. Es ging nicht um Salafisten. Sonst würde ja auch nicht... Da steht ja unter dem Islam-Bayan. Ist ja auch drauf. Der ist natürlich kein Salafist. Kurz, aber als ich mir die Doku angeschaut habe, habe ich sogar Islam-Bayan, der auf der Tafel... Ja, der auch islamistischen Unsinn von sich gibt. ...stand aus Spaß einen Screenshot geschickt und gesagt, wirst du auch... Ist das unglaublich? Der hat auch mit diesem Kerl noch Kontakt? Dass er sich nicht schämt? ...verfassungsschutz beobachtet. Weil ich dachte, hä, warum steht der jetzt da? Und dann sagen die, ja, das sind jetzt nur die normalen Islam-Tiktoker. Sie werden alle zusammengewürfelt, als würden sie das Gleiche machen. Es wird gesagt, dass sie sich streiten und so weiter. Erstmal sagt der Y-Kollektiv, dass natürlich nicht suggeriert wird, dass diese Islam-Tiktoker auch Salafistische Tiktoker sind. Es wird ganz klar suggeriert, ihr packt sie auf die Tafel und was... Und ihr packt sie auf die Tafel zu den anderen. Ja, weil Issam Bajan unglaublich viel hetzt auf TikTok und deswegen auch schon mal gesperrt worden ist. Ja. Die sind sogar farblich untertrennt. Klatscht ihr alle zusammen? Dann sagt doch ganz klar, differenziert doch ganz klar. Y-Kollektiv sieht sich da in keiner Schuld. Warum? Jetzt kommt's. Sie haben privat geantwortet. Ich darf den Chat nicht zeigen, weil, ja, diejenigen möchten das nicht, sonst werden sie angezeigt. Aber sie haben privat geantwortet. Jetzt hört gut zu. Als Rechtfertigung, dass sie nicht differenziert haben, sagen sie, noch mal zum Verständnis. Es handelt sich bei dieser Tafel um Selmas Vorrecherche. Also die Rechtfertigung dafür, dass es diese Menschen auf dieser Tafel... Das ist eine sehr gute Recherche gewesen. ...tafisch, denen die nichts mit dem Salafismus zu tun haben, wie sie das gerne nennen, ist, dass das die Vorrecherche der Journalistin ist. Dann zeigt das doch nicht rein, wenn das die Vorrecherche ist. Sie sagen, es sei die Vorrecherche, das ist wie eine Mindmap, die Journalisten gerne nutzen, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen und dann gegebenenfalls auch auszuschließen. Ja, und jemand wie Issam Bayan, der im islamistischen Umfeld aktiv ist, selbstverständlich, wird ja dort draufgezählt. Das ist eine ausgezeichnete, herausragend gute journalistische Recherche gewesen. Ich war überrascht, dass es so viele Kanäle gibt, weil ja TikTok gewisse Sachen ausblendet. Einfach, einfach gute Arbeit vom Y-Kollektiv. Aber dann zeigt doch nicht die Vorrecherche, sondern zeigt danach, nachdem du diese Leute ausgeschlossen hast, die nichts damit zu tun haben. Aber wenn ihr jetzt glaubt, ja gut, das ist Interpretationssache, ob sie damit suggerieren, dass diese Menschen mit was damit zu tun haben, jetzt wird es richtig schlimm. Eine, die auf der Tafel steht, Lydia, die steht auf der Tafel... Kenne ich gar nicht. ...da waren auch die Leute auf TikTok alle drüber entsetzt, dass diese Lydia auf der Tafel steht. Diese TikTokerin hat nichts anderes als ein Kopftuch an. Sie macht keinen Islam-TikToks, die macht Vlogs, sie macht Vlogs und sie packen sie dazu. Sie packen sie dazu. Stell dir das mal vor. Ja sowieso. Das ist eine Vorrecherche. Aber er kann sich jetzt an dem einen Punkt aufziehen. Ich kenne die Frau nicht. Also sie ist nicht, man muss ganz klar sagen, die ist nie negativ irgendwo aufgefallen. Also, wenn die in irgendeiner Weise im islamistischen Umfeld aktiv wäre, wäre sie mir aufgefallen. Ich kenne sie nicht. Und das bedeutet eigentlich, dass sie nicht als islamistisch aktiv ist. Weil du ein Kopftuch an hast und siehst dich auf irgendeiner Tafel in einer Dokumentation über den Salafismus auf TikTok. Weil du auf TikTok ganz normale Vlogs drehst. Und dann sagen sie, sie haben nichts suggeriert. Mann, dann nimm sie doch von der Tafel weg. Oder entschuldige dich, Hauptsache dafür. Sie sind null schuld darin, dass sie einen Menschen in der Hinsicht bloßgestellt haben. Und versteht mich nicht falsch, ich finde es ja nicht schlimm. Ich finde es sogar... Ach so, ist null schlimm. Aber ein guter Ahmad darf zum Beispiel schreiben, dass ich mich aus Bremen verpissen soll. Sehr, sehr gut, dass man über dieses Thema aufklärt und dass man sich diese salafistische Szene, wie sie sie gerne nennen, wie gesagt, ich benutze diesen Begriff nicht gerne, aber muss ich wohl in deren Sinne. Ich finde es gut, dass man über diese Szene aufklärt. Ich habe selber mal recherchiert über diese Szene und so weiter. Aber wie diese Szene und wie diese Menschen immer wieder versuchen, dann den generellen Islam ins Lächerliche zu ziehen, ist unglaublich. Stell dir vor, du stehst einfach neben diesen, aus deren Augen ja salafistischen Predigern, auf der Tafel direkt nebenan. Das sind doch Salafismus, Salafismus, Islamismus, Islamismus und das kann man gar nicht lesen. Das kann man halt gar nicht lesen, was ich schade finde. Ich hätte mir gewünscht, dass manche hervorgehoben werden. Du stehst einfach neben diesen Menschen, obwohl du nichts damit zu tun hast. Ja, mein Essen wird kalt, ich mache das nachher warm. Es ist schon der Hunger vergangen, wenn ich diese Lügen und dieses dumme Geschwätz mir anhören muss. Sogar diese Menschen Streit hatten, sie hatten Stress mit dieser salafistischen Szene Auseinandersetzung. Das heißt, sie sind sogar, die haben komplett nichts miteinander zu tun, sie sind sogar eher feind. Ja, das hat der Y-Kollektiv gesagt, dass sie miteinander nichts zu tun haben. Das wurde auch ausdrücklich nochmal gesagt. Jetzt tu doch nicht so mit Strom an Argumenten dir selbst was zusammen erzählen und dich selbst zu bestätigen. Wir schreiben dir daneben. Das ergibt so einfach gar keinen Sinn, Läger. Ich meine, wenn du schon über dieses Thema aufklären willst, was super ist und dann auch noch als islamische Journalistin, wo angeblich ein halbes Jahr Arbeit reinsteckt, dann mach doch deinen Job hauptsache richtig. Dann blende doch bei einem halben Jahr angeblicher Arbeit doch nicht so welche falschen Dinge ein oder Vorrecherchen, wie sie sie nennen. Und zum Beispiel ein Isam Bayan hat er auch mit ihnen geschrieben und jetzt haltet euch fest. Isam Bayan, einer, der auf der Tafel stand, von dem ich euch erwähnt habe, hat denen geschrieben, dass er es gut findet, dass sie über dieses Thema aufklären. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe ja selbst Isam Bayan schon umfangreich zerlegt. Video gerne unten in der Beschreibung. Er kommt mit Kritik übrigens nicht klar. Er aber genau das gleiche kritisiert hat wie ich und zwar, warum er und ganz viele andere draufstehen, ohne gefragt worden zu sein, ohne selber ein Interview machen zu können und so weiter. Was haben sie gemacht, als andere Leute dann auch Y-Kollektiv geschrieben haben, weil Isam Bayan ein TikTok-Video dazu gemacht hat? Dann haben die Y-Kollektiv... Ja, die Anfrage hätte sein müssen. Da stimme ich ihm zu. Journalistisch gesehen muss man, wenn eine Person erwähnt wird, ihr vorher die Möglichkeit geben, sich zu äußern. ...zu diesen anderen Leuten gesagt, dass Isam Bayan sie selber gelobt hat und dass das nicht stimmt, was er sagt und dass er die Doku selber gut findet. Sie haben eigentlich... Achso, das finde ich jetzt interessant. Das finde ich jetzt hochinteressant. Isam Bayan, mit Sicherheit intellektuell um einiges höher als Ahmad, findet die Doku gut, die in Augen von Ahmad Hetze gegen den Islam ist. Merkst du es selbst, oder? Merkst du es selbst. Vielleicht, weil Isam Bayan genau weiß, was Salafisten sind. Deswegen habe ich mir das auch nie vorgeworfen. Ich habe immer nur gesagt, dass er gewisse antisemitische Stereotype bedient. Äußerungen als antisemitisch eingestuft werden könnten. Oder dass er ähnlich wie Islamisten argumentiert. Aber nie, dass er Salafist ist. Das steht außer Frage, dass er das nicht ist. Er ist auch kein Antisemit. Aber das finde ich interessant. Isam Bayan feiert die Doku aus gutem Grund. Ich feiere sie auch. Aber das war Eigenschachmat. Gerade hat sich Ahmad Schachmat gesetzt. Er hat nämlich jemanden zitiert, der im Intellektuell überlegen ist, der im Übrigen auch mehr Ahnung vom Islam hat. Das gestehe ich Isam Bayan auch zu. Das war es eigentlich schon. Eigentlich die Stelle ist wunderbar. Wir schauen uns den Rest noch an, aber bei 11 Minuten 58 hat sich Ahmad selbst Schachmat gesetzt. Traum. Ein Traum. Einfach eiskalt Lügen verbreitet. So, und die Chatverläufe kann ich natürlich nicht einblenden, sonst striken die mein Video oder lassen diejenigen anzeigen und mich auch. Aber es ist einfach geisteskrank, wie sie einfach Lügen verbreiten. Und das ist ganz Nein, 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 Achmat, das bist du, der immer gerne lügt. Wir bezahlen dafür, öffentlich, rechtlich. Ab heute bin ich dann auch Salafist oder wie? Nein, ähm. Kann es sein, dass du dumm bist oder so was? Genau das. Gerade unschuldige Leute verteidige. Perfekt. Ich bin jetzt einfach Salafist. Ach ja, bei der Bewegung, die ich euch genannt habe, diese Bewegung auf TikTok, da haben auch Christen mitgemacht. Kann man jetzt eigentlich als Christ, ist absolut irrelevant auf irgendwelche Leute, die sich manipulieren lassen oder die Likes auf TikTok. Wer TikTok überhaupt als einen Referenz nimmt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das war es halt einfach dann komplett. Auch Salafist sein. Ist das so? Weil da kenne ich dann jemand anderes noch. Wie hieß er nochmal? Ex-Moslim. Von mir, von Dr. Schiff. Richtig unangenehm. Der ist Abo Amil. Ah, ja. Ich glaube, ich muss den Öffentlich-Rechtlichen nicht verstehen, oder? Nächstes Mal holen die den als Interviewpartner über den Islam. Und dann sagen sie natürlich, dass sie den Zentralrat der Muslime gefragt haben. Die haben auch ein Statement im Video gemacht, ganz normal, wie ich das gesagt habe. Das war die einzig schlechte Stelle in der Doku, dass man den Zentralrat gefragt hat, der nun wirklich fast nur Radikale und Faschus vertritt. Dass das, was sie in dem Video zeigen und diese salafistische Szene nichts mit dem Islam zu tun haben. Im Nachgang des Drehs bekomme ich noch eine Stellungnahme. Übrigens, oh, er gibt ihr die Hand, ist das jetzt auch kein, dieser Imam ist jetzt, ist jetzt auf einmal, der ist doch, oh, ist er jetzt kein Moslem? Er hat ihr die Hand gegeben, so wie es jemand normalerweise macht. dieser studierte Imam, der das seit Jahrzehnten lehrt und gelernt hat, der in Koran und Sunna zu Hause ist, gibt ihr die Hand. Aber der kleine Ahmad, der TikTok-Hodscher, der verbietet das. ...des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Sie deckt sich mit Chaitins Meinung und geht noch weiter. Der Zentralrat sagt zum Islambild von Islam... Der war übrigens eben, der im Bild war, war nicht vom Zentralrat, das war ein, das war ein geistiger, das war ein Imam für Gefangene in der JVA. sehr, sehr guter Mann, sehr sympathisch. ...5-7-7-8, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Also beziehungsweise so nicht den Islam repräsentieren, wie er eigentlich ist, weil es geht nicht nur um Verbote, er hätte es gedacht, es geht um viel mehr, es geht um das Nächstenliebe, Solidarität, man den Menschen etwas zurückgeben, dass man Hand in Hand geht, was normalerweise die Religionen eigentlich vermitteln sollten, so, es geht nicht nur um Verbote, Regeln und so weiter, die Religion ist wunderschön. Achso, es geht nicht um Verboten und Regeln und vorher sagt er, Musik ist verboten, Schweinefleisch ist verboten, Hand geben ist verboten, gerade die Musik, Ahmad hört auch keine Musik und es wäre ja kein Moslem. Jeder, der Musik hört, ist kein Moslem, laut Ahmad. ...von tausenden Imamen, die der Zentralrat der Muslime hat, hat sich angeblich nur einer bereit erklärt, zu sprechen vor der Kamera oder die. Der Zentralrat der Muslime hat laut meines Wissens nach der tausende Imame, wie kann das sein? Wie kann das sein? Warum zeigt ihr nicht die geile Seite? Der Einzige, der in dieser ganzen Du... Der Zentralrat der Muslime hat gar nichts, diese Imame gehören zu ATIP und zu anderen Faschogruppierungen. Gut, das gesagt hat, was wir normalen Muslime denken. Das war der türkische Imam. Er hat seinen Job aufsache gut gemacht. Er hat erklärt, dass es nicht... Achso, der hat seinen Job gut gemacht, er hat dir die Hand gegeben. Ich dachte, er sei kein Moslem. ...nur um Verbote geht und so weiter. Auch, dass sie wenigstens sich mehrere Meinungen anschauen. Nicht nur die eine Meinung, die sagt, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Wie kann der denn jetzt Imam sein? Laut Ahmad ist er doch gar kein Moslem. Er ist ein Käffre. Manchmal gibt es mehrere richtig und manchmal hat man auch den Luxus zu sagen, ich kann mir von diesen mehreren Richtigen etwas aussuchen und ich bin trotzdem nicht auf dem falschen Irrweg oder Irrglauben. Das hier, also Tahuid, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, so darstellen, als hätte es irgendeine Verbindung zum IS, obwohl es schon einen Shitstorm deswegen gab. Nein, das hat eine Verbindung zum IS, das ist halt, also die IS hat das halt so besetzt, das sind halt Fakten. Tu doch nicht immer als Opfer. Weil das die Medien gemacht haben. Nein, das war nicht, jetzt waren wir jetzt die Medien, am Ende waren es die Juden. Das war der IS, sprich es doch aus. Irgendwelche Leute auf eine Tafel schreiben, die noch nicht mal Islam-TikTok-Content machen und dann irgendwelche Leute, die auf der Tafel stehen, noch nicht mal anschreiben, noch nicht mal fragen, noch nicht mal ansprechen. Dann einen Jungen, der einfach nur Moslem ist und dieser Religion nachgehen will, auch in ein schlechtes Licht drücken, ganz viele andere Sachen und was soll ich dazu sagen, dann ganz viele normale islamische Dinge, die völlig normal sind, die jeder Moslem fast macht, als etwas komisches darstellen und das soll die Duku genau nicht die Hand geben, keine Musik hören, Duku sein. Sehr, sehr geile Duku. Was war der Rest der Duku? Man macht einen Vlog mit einem angeblich salafistischen Prediger. Mit irgendeinem von TikTok macht man einen Vlog und zeigt seinen... Dem einflussreichsten salafistischen Prediger aktuell auf TikTok mit einer enormen Reichweite. Alter, super Duku, super, super über das Thema aufgeklärt. Nein, man guckt nicht, ob die Auswirkungen... Ja, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich gut, dass es diese Tafel gab, ansonsten hätte Achmat überhaupt kein Argument gehabt. Das Einzige, was man als Kritikpunkt annehmen kann, ist die Tafel. Und dort eine gewisse Auswahl und die Leute nicht vorher gefragt zu haben. Alles andere war Schwachsinn, was er von sich gegeben hat bisher. Vielleicht kommt da am Schluss noch ein... Man holt nur einen Jugendlichen, lässt ihn nicht aussprechen, macht kurz mit ihm einen Vlog. Nein, man zeigt nicht die Strukturen dieser Leute. Nein, man macht einfach gar nichts. Was war der Sinn und Zweck dieser Dokumentation? Und das Lustigste ist, dann sehe ich noch irgendeinen Martin oder so in den Kommentaren, der sagt, ihr habt den Salafismus noch viel zu gut dargestellt. Könnte vielleicht... Ja, genau. Holen wir doch einfach noch eine Person aus. Irgendein Martin. Oh, er ist ein Deutscher, wahrscheinlich ist er kein Muslim. Er darf keine Meinung sagen. Er ist ein Käffer. Wie viel... Wie viel... IS-Wording will er denn noch verwenden? Irgendein Martin. ...dass das relativ wenig mit dem Salafismus zu tun hatte und es sich hierbei nur um ganz viele normale muslimische Dinge gehandelt hat? Oh nein, eine Frau muss Kopftuch tragen in der Moschee. Oh nein, man gibt der Frau nicht die Hand und respektiert sie. Oh nein, ey, das ist alles so schlimm. Schließend kann ich nur sagen, ich finde es schade, dass eine Doku, die so viel Potenzial hatte, wo man wirklich... Ist doch eigentlich auch richtig, wenn richtige Muslime keine Musik hören dürfen, wieso hat er dann Hintergrundmusik? Ist Ahmad jetzt kein Moslem? ...die so viel richtig machen konnte, wie er einfach nur in dem Bereich gelandet ist und zwar Islam-Bashing. So, eine Doku hätte so viel richtig machen können. Ich meine, man hätte es genauso machen können, wie STRG-F es bei der Nazi-Doku gemacht hat. Ach ja, bei Nazis geht es dann, aber bei rechtsradikalen Islamisten, also es ist ja eine rechte Ideologie, geht es dann nicht. Oder bei anderen Dokumentationen. Man hätte alles aufzeigen können und so weiter. Ich verstehe nicht, warum man sich oft bei Islam-Themen nicht so viel Mühe gibt. Ich meine, ein Galileo hat sich auch bei vielen Islam-Dokus super Mühe gegeben. Sie haben klar differenziert zwischen, sag ich mal, normal lebenden Muslimen, diesem Muslimen und so weiter. Ja, das hat die Hawaii-Kollektiv gemacht, aber das fandst du ja schlimm, weil du ja gesagt hast, man dürfte die Trennung nicht machen, dass er Islam hat. Ich will ja keinen Vergleich machen, aber sie haben es auch einfach perfekt gezeigt, so damals, als ich die Dokus von vor fünf Jahren von Galileo gesehen. Da frage ich mich, was da für ein Quatsch gemacht worden ist. Abschließend kann ich nur sagen, schade, weil die Doku hatte viel Potenzial. In dem Sinne, setzt man sich vielleicht anstatt ein halbes Jahr, ein Jahr hin oder holt eine vielleicht muslimische Journalistin, die nicht nur muslimisch ist oder sich als so eine betitelt, sondern auch irgendwelche Kenntnisse über den Islam hat, die über die dritte Klasse Religionsunterricht hinausgehen. Vielleicht sechste Klasse Religionsunterricht hat man auch noch besucht. Aber ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Das war nur ein konstruktiver Kritik. Genau. Das hat eben, er hat eben sein Video zusammengefasst. Kenntnisse über den Islam hat, wie über die dritte Klasse Religionsunterricht hinausgehen. Vielleicht sechste Klasse Religionsunterricht hat man auch noch besucht. Aber ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Das war nur ein konstruktiver Kritik. Lange Rede, gar keinen Sinn. Kritik an Y-Kollektiv. Ich weiß nicht, warum sie oft immer ja komplett daneben schießen. In dem Sinne, lasst einen Kommentar da, lasst einen Like da damit, dass genug Menschen... Z-Panda, Dankeschön für die Donation. Das ist so... Für Schmerzensgeld, ja, das ist... Das ist unangenehm. Das ist einfach... Dieser Junge, er ist komplett lost. Wir sind Mitglied, oder hätten wir eine zu hohe Stimme? Leute, lasst ein Follow da, ein Abo, Glocke aktivieren, kommentiert. Das ist einfach unerträglich, was der von sich gegeben hat. Ich dachte ja schon, seine ersten Videos seien schlecht und peinlich, aber das hier, das schießt komplett ab. Er widerspricht sich komplett. Er... Selbst Issa Ambajan, selbst Issa Ambajan feiert diese Doku, weil sie gut ist. Nur der gute Ahmad sieht überall Islamhass, weil er Klicks hat. Sein ganzer Content basiert irgendwie auf Hass und Hetze. Nach diesem Video braucht man wirklich... Ich brauche gleich mal eine Pause, ich bringe jetzt mal das Essen runter. Das war eh nicht... Das bestelle ich nicht nochmal. Na gut. Dann lade ich das VOD mal hoch. Untertitelung des ZDF, 2020